so freunde herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar geht es heute wieder darum dass ich die models für euch gefunden habe und zwar diesmal bei dem track afalterbach von shindy und zwar geht es diesmal um drei frauen denn einmal die blondine die ich jetzt einwende und als zweites und drittes die zwei zwillinge die in dem anderen maybach sitzen ja und wie gewohnt habe ich die frauen natürlich für euch gefunden bei der blondine war ich mir erst nicht so ganz sicher gewesen aber die hat jetzt mittlerweile ein ausschnitt von shindys video als profilbild genommen und damit hat sich die sache dann auch erübrigt ich würde sagen fangen wir auch gleich mit ihr an dass die blondine die ich jetzt eingeblendet sie heißt amanda und hat auf instagram 11300 follower sie ist eine kroatin und den name blende ich jetzt hier ein sincerely mandy oder wie man das ganze auch aussprechen mag ja wie gesagt dass das wäre die erste gewesen um zu den anderen beiden zu lenken die haben einen gemeinsamen instagram account der name blende ich jetzt auch hier ein der westwigs hier steht es noch mal twins und ja anhand der bilder könnt ihr erkennen dass dies auf jeden fall sind ich hoffe das format hat euch gefallen ihr könnt den frauen sehr sehr gerne folgen und dann würde ich sagen bleibt doch mal in die kommentare welche models aus welchen musik videos ihr sucht und ich finde die dann für euch in diesem sinne macht's gut lasst einen daumen nach oben da und folgt mir auf instagram peace have her her that for am up eto und Vielen Dank.